Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch super an. Das hört sich doch gut 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 an. Okay. Ich muss da langsamer rangehen. Ich hab schon mal Steuerung gedrückt. Am besten. Das hört sich doch gut an. 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 Okay. Das hört sich doch gut an. vermutlich Weihnacht琴ken surren. aber nur auf einer leiter interagieren damit dürfen nicht und so fehler fehler gefunden nicht rennen unser fehler das ist doch ein checkpoint wie geht es denn da weiter und so aber warum springt der da jetzt nicht mehr her aber jetzt springste jetzt springste in die Richtung ich habe nicht nach links ich habe nicht nach links gedrückt gibt es denn das ach so der läuft automatisch rein dann müssen wir wirklich auf der leiter warte dann warte warte schau zuhause das schaut selber noch aus was was häh warum springt der denn in die Richtung jetzt haben wir es auch schon verkackt